hallo freunde vor uns ja da habe ich halt noch das mit dem lack stehen und man alten wasserkocher das thema denn da ist nämlich ein neuer wasserkocher drin hat neu preis 60 wurde runtergesetzt und das nicht gerade mal wenig also ich glaube mehr als 50 prozent runtergesetzt habe ich direkt zugeschlagen scheiß drauf schleichen monat das mit etwas weniger geld aber der wasserkocher ist geil meine muttern auch ein dieser art und ja ich bin gespannt so jetzt mal gucken ob ich das aufgeschnitten krieg deshalb schwer weil ich kein kameramann habe das ist ja leider nichts neues und dann mal einzufinden der vielleicht reicht das schon diese seite auch noch heißt ja unboxing so vielleicht habe ich das jetzt schon doch gut das bett ist einigermaßen ich wusste meine aufnahmen musste ich folgen kurz unterbrechen ja weiter ich musste kurz unterbrechen draußen war wieder so einer kennzeichen du keine ahnung was das heißt wahrscheinlich tut da haben wir da erst beim wolfenstein freuen habe ich wieder aufgenommen ist gerade am rennen das heißt für euch kommt heute wieder die nächste folge das unboxing kam also heute also gestern ist wolfenstein rausgekommen ja so hat das gerade bei mir wieso klingen die alle immer bei mir das ist voll die behinderten blinsen ich kenne den dud gar nicht da haben wir den netten wasserkocher ach komm hier weg damit vorsichtig moment da austria first austria special design for u s hat die sagt blablabla da sieht man halt die merkmale was er hat maximale 2200 watt leistung 360 grad drehen war gut das ist aber heutzutage ist das normal dass wir unten nur so ein podcast wo dann wo dann drauf stellt man den mal aus ich habe schließlich nicht nur der karton gekauft so und er hat die funktion der ist led beleuchtet das ist das geile worte so da haben wir auch schon den unterstand hier sehr nice carbon chromoptik passend zu meinem haaren mit nicht gut und ja gut das bin ich am lackieren wie gesagt da habe ich noch nicht weiter gemacht da liegt das da unten noch und dann auch passend zu der nutzt ob zu sauber oder mikrowelle bitte schon mal ein nettes i tüpfelchen und für den preis ist das eigentlich mega schnabber kann man nichts sagen auch mal weg aber mehr platz hier oben mal den jetzt mal vorsichtig aus ja ich freue mich für media media gefasst so kann man das einstellen plus minus 8 da kann man die wie viel grad das ist wenn man einstellen so dann macht man auf damals sogar ein filter drinnen muss ich mal gucken ob man den auswechseln kann aber das ist das wahrscheinlich für nach sagen wir schnell für den kalk scheiß mist das ist heutzutage echt grausam da sieht man mal im wasserkocher reingucken wo habe ich denn da weiß wie man das gut rauskriegt da werde ich den noch mal aufheben weil er ist noch nicht kaputt der funktioniert noch aber ich dachte da muss das mal was neues her oder locker zu machen 0,5 1 1,8 liter das reicht auf jeden fall für unsere bedürfnisse der geht nicht zu scheiße ich dachte schon da wäre das glas gerissen jetzt aber das ist leider nur blauer fetzen und dann pummel mir gleich erst mal runter so dann würde ich das erst mal aufbauen und dann mal testen so ich habe jetzt wasser drin ja wahrscheinlich ist jetzt die gleiche höhe drinnen wie beim letzten mal nicht daran weil das video irgendwann angefangen hat audio und bild nicht sind chronisch zu sind zu synchronisieren und deswegen musste ich jetzt noch mal kleines video hinterher drehen bevor ich war ich wollte mich eigentlich an schneiden dran setzen und naja da war dann halt nicht so der fall deswegen ist das jetzt so und jetzt weiß ich natürlich schon wie das hier um funktioniert war mal die taste gibt es da auch so und das ist dann noch nicht plus und minus das ist hier oben man kann halt jetzt nicht durch das mal zu mir wenn ich finger darauf gehe so 60 70 80 macht meistens immer 80 und dann drücke ich einfach hier drauf und dann geht er auf grün so wenn ich jetzt ein mehr machen muss dann die farbe wechseln blau das ist dann 90 das mal 60 70 80 dementsprechend geht er auch langsamer angeht 90 sofort power da kann ich natürlich ausmachen würde da wieder ganz leicht drücken gut also sind dort aus dem mann knopf den richtig drücken musste oder so ist er jetzt einfach mal fertig doch mal runter das cool ist jetzt wenn ich ihn jetzt runter setzen dann sieht man alle farben das ist eigentlich der neue wasserkocher und war meine funktion ist kann halt immer oben auf den knopf drücken dass er zeitlich dann angeht das wasser immer auf temperatur hält falls man mehr besuch hat und zwischendurch einfach durst hat drückt man einfach wieder drauf ja das war für das unboxing fand sie anders kommt die synchronisierung und ich setze mich ans neuen display dran danke fürs zusehen ich hoffe es hat euch gefallen der wasserkocher ist auf jeden fall schnapper gehen von 60 und auf was man das jetzt 21 und kann man echt nicht meckern das geile schnapper so weit habe ich jetzt fertig zeige euch das noch mal ja ja jetzt ein bisschen anders aus ich hab mal ausgewaschen ich bin noch nicht fertig wie gesagt ich muss da hinten noch ein bisschen was machen und von der optik da hatte ich auch noch was vor aber was jetzt wird muss ich mal gucken so also danke zu sehen danke fürs unboxing ich hoffe es hat euch gefallen und macht's mal gut ciao